was geht ab youtube und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute öffnen wir wie immer oder wie so oft schon das jahresrückblick spielerwahlpack bis jetzt kam noch kein richtiger kracher immer mal wieder so ein paar gute spieler so wo du denkst ja ist ein weh aber jetzt will ich mal so einen richtigen rein knallspieler ziehen schauen wir mal ob es das wird ich würde sagen wie lang fackeln gar nicht lang rum und gehen einfach rein ich mache die augen zu ich drücke 3 ich mache die augen auf ich sehe einen witzel der ganz interessant ist ja doch 93 ist ein gutes rating witzel ist eine ganz geile karte ja doch der war auch ganz teuer glaube ich damals wenn ich mich recht erinnere gehen wir weiter kennt eine sehr op karte ja aber er hat kein upgrade bekommen und ist in seiner zeit schon längst überholt ist nicht mehr der beste jetzt in dem zeitraum von fifa wir sind am anfang von juli ok können wir witzel übertreffen ich glaube es ist möglich und das muss auch möglich sein let's go ah der mario der der deutschland zum wm titel geschossen hat schade aber witzel ist ganz gut ehrlich bin zufrieden guter pick leute schreibt in die kommentare was ihr gezogen habt lasst ein leichter abonniert und keine weiteren videos zu verpassen wir sehen uns beim nächsten mal und ciao